Liebe Freunde aus Österreich und liebe Freunde des tiefgeblasenen Blechs! Am 22. Oktober sind wir das Kunstoktoberquartett im Landestheater in Linz und geben da ein Konzert. Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Gäste seid. Sichert euch Tickets, kommt vorbei, wir freuen uns! Bis dahin, euer Kunstoktoberquartett! Bis zum nächsten Mal!